Wie lese ich meinen Blog in anderen Sprachen? Das Google Chrome Tool bietet hier oben rechts eine Taste, die öffnet dieses Fenster. Ich klicke auf diese Seite übersetzen, dann erscheint diese Linie. Hier ist jetzt Deutsch voreingestellt, der kleine Pfeil daneben, wenn ich den anklicke, zeigt mir, in wie viel verschiedene Sprachen anschließend die ganze Seite übersetzt werden kann. Das geht recht zügig. Man kann so unkompliziert zumindest den groben Inhalt verstehen. Die Übersetzung ist teilweise etwas holprig, aber den Sinn versteht man auf jeden Fall. Nachdem mittlerweile Leser aus mehr als 50 Ländern und fast allen Kontinenten auf meiner Seite waren, denke ich, wird es an der Zeit, dass ich den Laien, die sich nicht so auskennen mit dem Übersetzungstool, eine Möglichkeit zur Hand gebe, wie man es machen könnte. Ich hoffe, euch hat der kleine Film geholfen. Viel Spaß!